Schauen wir mal. Lauf doch! Oh, jetzt ist er sogar zu K.O. zum Laufen, ey. Das ist doch wieder nicht wahr. Ich glaub mal... Bäh! Scheiße! Ach, bleibt doch mal stehen! Ihr seid doch ziemlich, Leute! Scheiße! 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 Ah, verdammt, verdammt, verdammt! Ja, ist okay. Das ist doof. Das ist voll doof. Oh, ich glaub, ich mache es trotzdem besser als die, äh, Armgust, weil... Ganz einfach aus dem... Aus dem Grund... Das, ähm... Ja... Hallo! Oh! Äh, hallo? Was soll das? Ich häng fest! Hallo! Lars, was soll denn das? Ah, was ist denn hier? Hallo! Ich häng fest! Oh, ach, leckum. Ihr seid doch alle... Äh, äh... Er hat einen Schwert, Kindheit. Ich sehe schon. Wir mussten jahrelang unter irgendwelcher Unterjochen leben. Da kann ich aber leider nichts für. Deswegen müsste er mich hier nicht, äh... Das beste Rezept ist wahrscheinlich echt immer noch... Äh, die hier... So fertig machen. Das ist vielleicht nicht so das beste Rezept, was ich hier grad anwende, aber... Schauen wir mal. Weg, 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 weg! Scheiße! Aaaaaaah, verdammt nochmal! Kann ich nicht einfach irgendwie so eine dämliche Granate kriegen irgendwie und die da reinwerfen und dann sind die alle K.O. Aaaaaah... Ey, das ist ja... Zum Mäusemelken ist das ja... Ne, ne, ne... Geht mir nicht auf den Zeiger... Geht mir nicht auf den... Zeiger... Blockiert! Scheiße! 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 Oh! Oh! Ich stehe hinter der Wand, du! Fatzke, ey! Ja, wie soll ich die denn jetzt bitte? Kann ich nicht schaffen. Vor allem, das sind vier Stück von denen. Hier! Geht mir bitte! Aaaaaah... Scheiße! Aaaaaah... Wenn das nur zu zwei Stück oder so wären, okay, aber vier Stück ist ein bisschen haarig. Leute, sag ich ganz ehrlich, also... Weg, 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 weg! Immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben! Scheiße, scheiße, scheiße! Aaaaaah... Ich krieg hier gleich schon wieder einen Anfall, ey! Es ist einfach ätzend! Es ist so ätzend! Aber ich glaub, die Taktik, dass man die, ähm... Die, äh... Schwertkämpfer zuerst kalt macht, könnte hinterher noch aufgehen. Ich glaub, die behalten wir mal bei. Hallo! Achso, warte! Hau ab, hau ab, hau ab! Mach ihm kalt! Mach ihn doch jetzt doch, mach ihn doch jetzt kalt! Verdammt! Und bleib nicht an dem scheiß Stein hängen! Weg, 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 weg! Scheiße! Scheiße, 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 scheiße! Oooo ihr könnt euch wieder dran ergötzen, dass ihr mich so aufreger, ich weiß es ganz genau vor allem Alex wieder, der hat wieder was zu lachen, ich sehe schon komm, der furlt sich ja immer so wenn ich mich aufreger ich kann mich hinterher auch drüber immer amüsieren und manchmal sogar so stumpf einfach dass ich irgendwie hier beschäftigt das ist mich sogar selber da ich sogar selber drüber lachen muss aber nee, das ist, nee, komm, ich kann mich schon wieder knicken kann ich schon wieder knicken, guckt euch das an, das kann ich schon wieder knicken scheiße, 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 scheiße obwohl wenn ich die eine nach dem anderen so abknalle, wenn die alle in einer so in etwa in einer Richtung stehen oder sogar in einer Reihe dann habe ich vielleicht eine Chance, wenn ich abwechselnd auf die schieße, dann sieht es vielleicht einfach so übel knübel aus if you understand what I mean as if not, it's not my fault das ist dann nicht mein mistake aber das ist echt ein guter Plan, dass ich das zuerst kalt mache weg 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 auf jeden Fall, na 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 weg 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 naa weg 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 scheiße 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 gut scheiße renn 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 mach weg, mach weg, mach weg scheiße scheiße weg weg mach weg mach weg mach weg mach weg du kannst ja auch nicht zwischenspeichern, das ist das Problem mach weg mach weg mach weg mach weg mach weg jaa ihr dämlichen ach ich hätte jetzt grad was für Schlimmes gesagt ey komm, Musik gehst du bitte weg meine Fresse ey das war's doch, oder nicht? ne, scheiße, irgendwo ist noch einer fach 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 wo ist noch einer? Leute, wo ist noch einer? Leute, wo ist noch einer? oooooh scheiße ey ich krieg hier grad schon wieder nen Kollaps ach wo ist hier noch einer? ich sag bloß hier oben drauf, ey, dann krieg ich aber nen Rappel dann krieg ich echt nen Rappel hier noch einer da hinten hat er mich getroffen ich könnte darauf hindeuten, dass hier oben einer drauf ist verdammt 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 wo ist ein Speicherbuch? das ist aber auch gut, dass man nichts zurückkommt dass eigentlich niemand da oben drauf kommen könnte was faktiskt 8 wir sind großartig du macht dir 2 Wommen Ich komme mir vor wie so'n Geheimagent hier, ich komme schon vor was, fast so vor wie James. Stein hat mich einfach nicht getroffen, als ich hier hinten stand, da wären wir beim Tor. Das heißt, irgendwo hier oben muss so'n kleiner, dreckiger Skull stehen. Ich seh, ich seh, ich seh, beim besten Willen ist das das Problem. Ah! Erwischt! Erwischt, 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 bitte! Oh, ist hier noch einer. Hä? 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 Erwischt, erwischt, erwischt er noch, 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 erwischt fuck HEID FACK! FACK, fuck 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 fuck! ey wenn ich den jetzt, den muss ich jetzt, komm, hallo ey, längst schon wiederkrix-kriegel, hallo orja, ey, lass dich nicht so'n,ella Sabatoffeln steuern, ey Und jetzt steckt er sich auch noch. Oh, ey, ich hätte sich hier grad hetzt. Ah, scheiße ey. Oh, wo ist der? Verdammt nochmal. Ey, ich hatte sowas. Ich mein, ich mag so Katz-Umhaus-Spieler eigentlich total, aber... Das ist nicht grad ein bisschen der Kassier, was hier abgeht? Ja, ich seh ihn, ich seh ihn einfach nicht. Rot kann er nicht sein. Oder ist er runtergefallen? Das wär egal. Ist doch ganz stumpf. Ey Leute, wo soll der bitte sein? Auf jeden Fall da oben muss man hinkommen, irgendwie. Ich frag mich nicht, wie man da hinkommt. Wohl doch... wahrscheinlich sieht die Eine... Ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen, ich hab was gesehen, ich hab was��iel, ich hab was presenters gesehen. Ah, ey Leute! Das... dich schickt der Himmel! ja also auch der Udo sagt man jetzt mal seit Lingozeit mal wieder ich weiß nicht wie das da eben so eine Haltwelle ist ja also ich hätte wirklich niemand gerechnet bis gerade eben aber ich bin doch sehr überrascht Udo ich auch ja also äh ich hab mich auch lange nicht mehr gefehlt aber ja ich bin doch super 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 okay ja jetzt mehr nur das ist ich wollte ihn eigentlich noch nicht er schafft die auf jeden Fall in dieser Folge nicht mehr tut mir ja extrem sorry aber äh äh ja gut äh ich glaub ich hier nochmal spontan noch ne Folge dran bis später Tja gesagt getan äh knappe 10 Sekunden später bin ich mal wieder hier zur Stelle und versuche diesen einen dämlichen den Mistkeller oben zu pletten oder nicht zu pletten aber ziemlich hoher wirst du mit dem Schwert willkommen kriegen darf da ist er 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 du hast gelitten du bist ein Opfer nein das war's doch hoffentlich oder ist da noch einer drauf nein die Musik geht weg oh Leute das ist der beste Moment in meinem Leben obwohl ich bin gerade überlegen vielleicht passt das noch in die andere Folge rein deswegen mach ich jetzt mal hier Schluss obwohl ne ich mach noch nicht Schluss so jetzt klettere ich äh da oben drauf versuche noch abzuspeichern und dann war's das auch ähm das wird in der Folge hinterher ein bisschen vielleicht an ein zwei Stellen geschnitten aussehen äh das liegt daran dass ich äh eine also nach diesen nach meinem Zeitlimit im Prinzip dann doch noch geschafft habe den hier oben zu killen und das alles in eine Folge packen möchte deswegen speichern und dann halte ich auch oh eine Touristenattraktion dann halte ich auch sofort die Schnüsse und das war's dann